Herzlich willkommen in der Sozialstation Schafflund. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier in unseren neuen Räumlichkeiten in der Nordhackstetter Straße 2 zu begrüßen und Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit und in unser Arbeitsumfeld zu geben. Die Sozialstation wurde vor knapp 25 Jahren gegründet. Damals wie heute setzen sich die Träger aus dem Amt Schafflund, den Kirchengemeinden Nordhackstedt, Weizbüll und Großenwiehe sowie dem Ortsfeil in Medelbühl des DRK zusammen. Wir sind im gesamten Amtsgebiet für Sie und Ihre Angehörigen im vollen Einsatz tätig. Aktuell besteht das Team der Sozialstation aus 50 Mitarbeitenden, ob draußen bei den Patienten vor Ort oder in der Leitung oder im Bereich Verwaltung. Für uns steht der Mensch stets im Mittelpunkt unserer Arbeit. Bei dem Team der Sozialstation Schafflund sind Sie in unseren besten Händen. Ja, was sind unsere Aufgaben? Wir haben uns den Dienst am Menschen zur Aufgabe gemacht und unser Anliegen ist es, die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund zu stellen. Das ist unser oberstes Unternehmensziel. Sie brauchen Hilfe in der Pflege, im Alltag oder im Haushalt. Dann sind Sie genau richtig bei uns. Jeder Bürger kann die Hilfe und den Rat der Sozialstation in Anspruch nehmen. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Wir, das starke Team für eine starke Region. Kompetent, zuverlässig und mit Herz. In direkter Nachbarschaft zu unserem neuen Bürogebäude entsteht unsere Tagespflege, der Tagestreff im Amtschafflund. Hier trifft man sich, hier erholt man sich, hier schöpft man neue Kraft. Wenn Sie nähere Informationen über unseren Tagestreff haben möchten oder Fragen haben, melden Sie sich gerne. Wir freuen uns auf Sie.